und meine lieben freunde da sind wir wieder bei einer weiteren folge von diggys adventure in kleopatras kammern hier haben wir vier stein blöcke die wir kaputt machen können wir gehen was zum ersten das ein hebel und da passiert genau noch gar nichts mit diesem ein hebel passiert noch gar nichts okay dann gehen wir zum zweiten gucken was da passiert wenn bei da den hebel drücken wahrscheinlich wird hier einfach überall den hebel sein den wir aktivieren müssen jetzt könnte schon was passieren okay der geheime raum wird irgendwo sein schon wieder keine energie mann hier aber echt schnell weg die energie hier kommt ein bisschen apfelkuchen das wird noch nicht reichen an energie glaube ich da muss man auch ein bisschen was essen gleich ach guck mal hier geht es auch noch lange da brauchen wir einen schlüssel und den schlüssel habe ich auch noch nicht mal gucken wo sich der verbergen würde den schlüssel habe ich noch nicht den müssen wir noch finden klack und da geht es nach unten okay die kammer von kleopatra ein geheimer raum ja geht natürlich nach unten mal gucken was da sein wird das ganze wasser abgelassen da ist ja der raum bestimmt total geflutet darunter wenn da überall wasser drüber war nein wir müssen alles wieder kaputt machen gab uns einfach einmal durch da sehe ich wieder einen geheimen raum was haben wir denn hier schön das ist nichts hat mich nur 40 energie gekostet hier oben und hier oben ist nichts und dann weiteren apfelkuchenmampfen kostet ja viel energie hier holz das sieht verdächtig aus nö nichts noch einmal bäm eine dunkelkammer saal der spiegelungen okay finde das notizbuch diesen text hat man vorhin schon gelesen jetzt müssen wir nur noch das notizbuch finden da ist es das war aber schwer das war es spiegel der kleopatra dieses notizbuch erzählt etwas von dem richtigen grünen pfad zum spiegel also handelt es sich nach alledem nicht um ein porträt interessant ich hab's es ist bestimmt ein garten gemeint das ist so offensichtlich dass man kaum darauf kommt der richtige weg 40 dinger muss ich kaputt mach du kacke das ist ja riesig gut ich muss also da hinten hin haha ok ach ein irrgarten das ist ja geil wir gucken mal ob wir hier weiterkommen wir spinnen uns einfach mal ein bisschen durch so muss ich denn hier hin da kann ich von hier unten da kann ich da 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 ist ja ewig dieser gang so ne das funktioniert noch nicht so richtig da oben kann ich lang das sind keine 40 blöcke die ich nur kaputt machen kann soll muss das ist ein wenig mehr dafür braucht man auch noch ordentlich Energie so das sollte reichen glaube ich diesen weg hier müssen wir lang nein hier geht's gar nicht lang oh mein gott ok dann suchen wir uns einen neuen weg vielleicht gucken wir mal hier lang da unten da 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 geht's schon wieder nicht lang ne da geht's in der Sackgasse so hier unten nochmal lang hier gab's noch einen zweiten weg hier oben hier unten da lang da lang da lang da lang da lang da lang doch hier wenn ich jetzt hier wieder irgendwie ein Grashalm übersehen habe dann sollten wir hier richtig sein ja ne so ein ölgarten ist das geil das ist ein cooler ölgarten der gefällt mir aber 40 also 40 dinger muss man wahrscheinlich gab es gäbe es ne wobei eigentlich den optimalen gab es einen weg mit mit 40 blöcken gibt es gar nicht oder ne das kommt mir ein wenig wenig vor mit 40 blöcken aber gut bestimmt ist unter unterm block ganz oben irgendwas was mir den weg blockiert das wäre total gemein doch wir hätten es sogar geschafft 40 blöcke wenn wir den falschen weg nicht gegangen wären ja zack achso ich glaube die 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 blöcke wurden nur gezählt wenn wir den richtigen Pfad gegangen sind so sah das jetzt gerade aus gut derjenige der sucht könnte eine Abkürzung finden und sich den langen Weg ersparen um aber eine Abkürzung finden zu können auch erstmal wieder ein bisschen Energie dann gucken wir doch mal wo ist denn hier die Abkürzung wir gucken mal die Wende ja da ist nämlich schon wieder was BÄM mhm doch da ist auch noch was ein Hebel klack kommen wir da außen lang mhm schon wieder wir gehen mal den geheimen Weg lang ja das hat jetzt irgendwie nicht so viel Unterschied gemacht muss ich gestehen wahrscheinlich wären wir da sogar noch günstiger gekommen wären wir den anderen Weg gelaufen Uff die Erde hier ist steinharmt zumindest diese Gittertüren müsste man irgendwie öffnen können äh äh das wird mich ein wenig viel Energie kosten nicht wahr etwas zu viel Energie ehrlich gesagt äh da muss ich ja hin ne also ich muss von hinten durch müsste man irgendwie öffnen können hm Alter kostet das viel Energie Alter kostet das viel Energie da ist noch was die ganzen Geheimtüren mal abchecken Einen Schalter was können wir denn mit diesem Schalter machen wahrscheinlich äh hier irgendwie was hm geh ich mal von aus dass dann keiner Durchbruch kommt nein ok wir müssen also nicht mehr diesen Weg da langlaufen das ist doch super habe ich umsonst den Fisch gegessen egal cool Spiegel der Kleopatra erledigt das ging ja fix 250 erfahrt Gott in 200 Erfahrung leider gar keine items ist schade ich will von den Nebenaufgaben oder was was tolles mitnehmen aber anscheinend haben wir gar nichts bekommen hier nö nichts null nada das ist ja traurig wirklich gar nichts außer halt vielleicht ein paar items aber irgendwie hm fand ich jetzt nicht so doll aber gut dann gehts dummerweise jetzt weiter mit Ägypten auf gegebenes Camp ah ja hier sind wir stehen geblieben stimmt ich erinnere mich etwas und wir gehen erstmal da oben lang ne gehen wir nicht so ok gehen wir doch naja aber das wusste ich natürlich wollte nur gucken dass da äh das war das Gittersehen da gehts noch einmal nach unten ach da ist ein Hebel noch ah verstehe den habe ich jetzt nicht gesehen dahinter ist nichts was müssen wir sammeln Zelte und Bruchstücke na ich geh mal davon aus dass da ein Zelt drin sein wird weil ja auf der Ebene war ja sonst nichts interessantes gewesen und wenn da schon so eine coole Kammer ist dann wird da wahrscheinlich sicherlich was drin sein das ist das ist das Bruchstück ja auf jeder Ebene ist meistens immer irgendwas das ist nicht immer alles zusammen kann man sich gut merken wenn nichts da war da muss ja auch irgendwas sein auf der Ebene und da ist das Bruchstück ich darf mich wahrscheinlich wieder zu tausend Hebeln durchkämpfen wo wir noch vielleicht Wände die man kaputt machen kann eine Flasche Milch ein Hebel der für die Tür da rechts ist geh ich mal von aus Die da? Ja. Und da drin ist noch ein Hebel, der für das Gitter da unten ist. Also, dass der an die kleine Brücke kommt. Sehr, sehr auffällig. Oh, der Grab will gucken, komm her. Nom, nom, nom. Klack, du kleine Brücke. Klapp dich aus und jetzt auch schon wieder so viel Holz. 30 Energie noch einmal für das Teil mit dem Bruchstück. Und damit können wir das wieder einteilen. Acht Stück fehlen noch. Aber die nächste Mission erledigt. Ich fände immer noch eine Questlog ganz cool, wo da steht, welche Mission man alle schon gemacht hat und was man dafür bekommen hat. Die hat ein Zelt. 165 Gold, 165 Erfahrung. Und die hat ein Zelt sich aufgebaut. Katzenschnurrhaare. Ich fühle mich so einsam hier hinter der Stadt. Die Leute vertrauen mir nicht und wollen nicht viel mit mir reden. Ich habe immer davon geträumt, ein Kätzchen zu haben. Weißt du, wo ich eins finden kann? Eins? Du willst doch 14 Stück haben, du blöde Kuh. Dann geht es noch nach unten, war ja klar. Und schon wieder diese ekelhaften Blöcke mit jeweils 20 Energie. Tschau. Aber meine Freunde, wir haben jetzt keine Energie mehr. Heißt also, wir müssen wieder warten. Und in 2 Stunden 37 Minuten gibt es die nächsten Besonderheiten. So, dann hast du eine kurze kleine Pause, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Digis Adventure. Bis dahin, haut rein Leute. Ciao. Ciao.